Jetzt ein ganz wildes Video, meine Freunde, was wirklich viral gegangen ist. Spending time without your favorite streamer. Ich war einen Monat weg, Pepega. Ich bin wahrscheinlich euer favorite streamer, Pepega. Schwierige und traurige Animation, meine Freunde. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns auf jeden Fall die Tage mal so, dass wir karbonisieren einfach alles, Digga. Okay, dieses Video geht, geht, geht ins Herz, Alter. Oh nein. Schaut euch Pipo an, wer da liegt. What the fuck, Bro, what the fuck. Was ist das für eine kranke Animation, holy shit. Oh, Digga, er ist so süß, Mann. Guckt ihn euch an, Alter. Nein. Oh nein, er ist offline. Oh. Oh. Jetzt mal real talk. Fühlt sich wirklich jemand so, wenn der favorite streamer nicht streamt? Oh nein, oh nein. Nein. Ey, Moment mal. Das machen wir ja nicht, ne? Oh nein. Oh nein, Bro, nein. Oh, wie süß, Mann. Chat, ich liebe euch. Kuss. Alle mal set Pipo in den Chat. Yep. Er hat's nicht gemacht. Was für ein krankes Rendering einfach, ne? Oh mein Gott, Digga. Er liest das Ninja Gaming Buch. Wahrscheinlich, Digga. Kili einfach Vibe-Killer gerade. Oh Mann, das ist so süß, Alter. Oh mein Gott. Jetzt sieht er, dass andere Kinder draußen sind. Ey, das ist so crazy gut animiert, oder? Wäre nicht ein Game mit Pipo als Main-Character in fucking Sane, Alter. Oh mein Gott. Fuck, ist das süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh Gott, oh. Oh shit. Oh Gott. Fuck. Oh, guckt ihn euch an mit dem Helm. Oh fuck. Wunder. Der trägt einfach ein Radar-Shirt. Oh nein, bitte mobbt ihn nicht. Bitte nicht. Was machst du? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Oh nein. Oh fuck. Oh mein Gott. Mein Herz bricht. Ey, mein Herz bricht gerade. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fucking Chats, Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Ich heule gleich. Wirklich, Mann. Ich heule gleich. Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas so mitnimmt, Digga. Oh mein Gott. 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 Und jetzt ist er wieder online bestimmt. Vielen Dank. See you next time. See you next time. See you next time. Oh my god, digga. Nein, 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 nein. Oh my god. Oh my god, digga. Bitte kommt jetzt nichts ums, bitte kommt jetzt nichts ums, was den Weib killt. Bitte nicht. Oh nein, 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 nein. Das war's? Oh my god, er ist anbannt. Oh, digga. Oh my god, digga. Fucking Gefühlsachterwahn. Oh, digga. Oh my god, das war die süßeste Animation der Welt. Fucking Fucking Thumbs Up, man. Holy shit. Digga. Ah, digga. Ah, Junge, krass. Okay. Gut. Ähm. Jetzt schauen wir uns an. Markiplier had the mental breakdown. Da hab ich auf jeden Fall Bock drauf, digga. Ich hab nen kleinen Pipi-Mann. Small Pipi-Gang. What's up? What's up? Wow. Ich habe das erste Fahrrad gekauft, und es war genau richtig. Ich meine, das Fahrrad ist eigentlich die beste Sache in meinem Leben. Ich kann dir nicht die Fahrrad zeigen, weil wenn ich das gemacht habe, dann würde ich es einfach wieder anziehen und mir einen anderen Fahrrad geben. Aber ich kann es Ihnen für dich summarieren. Im Ernst. Digger, YouTube kack auf Englisch, oder was? Imagine a bike and a guy in the middle of the road. It's horrifying. Now imagine Spongebob saying that he is always ready to throw down. Then he beats him up. And then later, he says he's always ready to get down. Ah yo, uh. Then he starts beating him up. It's horrifying. What does this have to do with the bike? Who knows? I mean, I do, but, you know, I don't, but I do, but, you know, I don't, but I do, but, I don't, but I do, but 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 When I was taking a dump and making dinner But I left because I'm palsy I don't take no shit from anyone Mein Gehirn verflüssigt sich We need to get him to a hospital Fucking GTA Doesn't that sound great? Doesn't that sound wonderful? Nein Mhm Try not to make poop jokes Okay Okay, wir versuchen es nochmal Als wäre das so schwer Digga, also unser Humor ist ja absolut ein Train, oder? Hello everybody, my name is Mark Blyron Jana Just shoot me, please! Leuten, also ganz ehrlich, Digger I need fucking mental help Ja Bro, perfektes Video, Alter, würde ich sagen.